Du sag einmal, hm? Irgendwo warst du gleich noch einmal eingesperrt. Weg einmal im Glauben. Was? Weg einmal im Glauben. Was meinst du mit deinem Glauben? Na ja, weg einmal im Glauben halt. Bist du katholisch? Nein. Bist du evangelisch? Nein, aber protestantisch? Gut. Bist du ein Moslem? Nein. Ein Buddhist? Nein. Ich hab geglaubt, dass wir nicht erwischen. Ach so.